Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit aus Bonn. Schön, dass Sie dabei sind. Essen in der Schule, das soll den Kindern Spaß machen und schmecken und es soll auch noch gesund sein. Wie geht das, wenn man 3000 Portionen Pizza backt oder 200 Kilo Spaghetti kocht? Das haben sich unsere WDR Kinderreporter gefragt, als sie selbst in der Schule beim Mittagessen saßen. Wie schafft man es für so viele Leute, gleichzeitig Essen auf den Tisch zu bekommen? In der Bonner Schulküche Auberginen und Zucchini haben sie herausgefunden, wie die Köche das hinkriegen. Hier gibt es Essen für kleine Leute und das ist ja auch ganz viel Stress, weil wir müssen für alle Schulen gleichzeitig kochen. Und wir wollen die jetzt nicht in Hektik bringen und schleichen uns jetzt rein. Hier in der Großküche werden jeden Tag für 100 Schulen über 3000 Essen gekocht. Und weil die Kindergärten und Schulen auch frisches Essen haben wollen, müssen sie schon ganz früh morgens anfangen zu kochen. Wie schaffen Sie das denn, alle 3000 Gerichte fertig zu kriegen? Ja, das ist schon schwierig. Also wir müssen wirklich sehen, wir arbeiten so lange, bis wir alles durch haben. Und es kann auch mal sein, dass es dann mal bis 6 Uhr abends wird, aber wir müssen alles fertig kriegen. Haben Sie schon mal was richtig versalzt? Und wenn was versalzt ist, was macht ihr denn dann? Wenn mal was versalzt ist, dann müssen wir es wegschmeißen. Weil es geht ja gar nicht. Den Kindern können wir ja nicht versalzendes Essen geben. Heute haben die 300 Kilo Kohlrabi gemacht und 500 Kilo Kartoffeln. Und da kommt 30 Kilo Butter dran. In diesen Kessel passen 150 Kilogramm Suppe und davon können 300 Kinder satt werden. Und mit solchen Riesenteilen wird die Suppe dann umgerührt. Und wer von euch will jetzt Pizza rollen? Ich. Jetzt kommt das Organ drauf. Lecker. Lecker. Opa, hinterher die Haare geworden. Jetzt kommt es in den Ofen. 180 Grad. In den Minuten ist es fertig. Dann könnt ihr alle Pizza essen. Was machen Sie hier? Ich weiche Sojaschnetzel ein. Morgen gibt es das mit Balkansoße. Und das habe ich mit Wasser und Brühe. Weiche ich das jetzt ein, weil das normalerweise richtig hart ist wie Cornflakes. Und durch das ganze Wasser zieht die Flüssigkeit in das Schnetzel ein. Dann wird das schön weich morgen sein. Wer denkt sich denn die ganzen Kochrezepte aus? Das macht unser Küchenchef. Gibt es denn auch Sachen, die man nicht für so viele Leute kochen kann? Ja, wir haben jetzt hier das Problem, dass man überhaupt gar keine Pommes machen kann. Geht einfach nicht. Weil sobald man Pommes irgendwie verpackt oder so, werden sie ganz labberig und schmecken dann auch nicht mehr. Dann wird es mit ganz vielen Autos in die Schule gebracht. Und sie benutzen Wärmekartons, damit es halbwegs warm bleibt. Wow, und das hier sind 10 Kilo. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Erbsen da drin sind. Und da könnte ich ein Jahr lang von essen, weil ich Erbsen gar nicht so wirklich mag. Pizza fertig! 1, 2, 3, 4 Ihr habt ja gesehen, es ist ganz schön viel Arbeit für so viele Kinder zu kochen. Und der Pizza ist die leckerste Pizza der Welt. Die essen wir erst bis zum letzten Krümel auf. So viel von uns heute Abend. Bis morgen um halb acht zu Ihrer Lokalzeit. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Tschüss. Musik 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 Musik